Ich habe ein Problem. Und viele werden jetzt sagen, du hast nicht nur eins. Stimmt, aber ich habe vor allem ein großes Problem, Platzproblem nicht. Ich habe zu viele Spiele. Wo es jetzt rangeht, dieses Logbuch zu filmen mit den ganzen Essen-Neuheiten, die ich mitgebracht habe, werdet ihr das sehen. Es müssen Spiele ausziehen, damit überhaupt noch Spiele wieder ins Regal passen. Ich möchte nicht noch mehr Regale holen. Und sind wir ehrlich, so viele Spiele, wie manche von uns haben, mich eingeschlossen, kann man im Jahr eh gar nicht spielen. Das heißt, es geht jetzt daran, wenn ein Spiel reinkommt, muss auch eins wieder ausziehen, mindestens, damit wir die Sammlung irgendwie im Zaum halten können. Und darum geht es in diesem Video. Los geht's! Und damit herzlich willkommen am Tisch. Ihr habt gesehen, sehr, sehr viele Spiele. Es soll kein ganzes Loot-Video werden, weil ich die nicht ganz informativ finde. Aber in diesem Logbuch soll auch verwurschtelt werden, welche Spiele habe ich denn mitgenommen und bleiben sie in meiner Sammlung und wie gerade erzählt, welche Spiele müssen denn ausziehen. Deswegen wird das kein super strukturiertes Video. Überraschung, seid ihr ja von mir gewohnt, dass es sonst immer super strukturiert, durchgezogen und bis auf die letzte Minute getimt ist. Wir fangen einfach mal an, dann werdet ihr sehen, was das wird. Ich habe es im letzten Logbuch schon erwähnt, das ist oben auch nochmal verlinkt. Und Five Towers zieht bei mir ein und ersetzt kein anderes Spiel, weil die kleine Box ist cool an sowas. Da werden ein paar dabei sein, wo ich dann echt noch viel Platz hatte. Aber es ist ein Problem, dass ich kaum noch Platz habe. Aber so ein Spiel findet ihr dann doch noch. Ich habe einen Schrank, kann ich euch nochmal von oben bis unten zeigen, wo die Spiele drin sind, die ich einfach mal schnell greifen kann. Ich hatte mir eigentlich gesagt, keine Regale mehr dazu. Jetzt habe ich mir letztes Jahr doch noch ein Regal geholt. Und wie so Spiele, die man schnell mal mitnehmen kann, wo man sagt, ja okay, ich gehe jetzt gerade in eine Bar, eine Kneipe, einen Biergarten, will mit Freunden was spielen. Und da wird auch dieses kleine Spiel, dieses kleine Goldstück Einzug finden, weil man es halt einfach schneller an den Tisch bringen kann. Mischwald, definitiv auch bei mir eingezogen, natürlich, nachdem Kosch es mir netterweise nochmal jetzt auf Deutsch zugesandt hat. Ich bin ein bisschen verliebt in dieses Spiel, weil es fühlt sich immer, habe ich ja schon mal erwähnt, es fühlt sich schneller zu spielen an, als es dann wirklich ist. Also die Zeit vergeht schneller, wenn man danach guckt und sich so denkt, oh wow, schon eine Stunde vergangen. Ich habe es jetzt auch zum ersten Mal mit vier gespielt und da waren wir durch in auch knapp einer Stunde, glaube ich. Und das war ein Lernspiel für die anderen drei, mit denen ich gespielt hatte. Und da bin ich wirklich noch überlegen, was Mischwald jetzt quasi aus dem Regal verdrängt. Vielleicht wird es Astra werden. Ich habe es zweimal, dreimal, glaube ich, erst gespielt. Und es kam jetzt fast schon ein Jahr seit der letzten Spiele nicht mehr auf den Tisch. Wahrscheinlich das, auch wenn die Spiele sich jetzt nicht super ähnlich sind, außer vielleicht von der Spieldauer. So knapp eine Stunde guter Spaß. Man muss halt auch manchmal Entscheidungen treffen in der Spielesammlung, wenn man die ein bisschen reduziert, die man eventuell bereut. Aber wenn ein Spiel einfach nicht an den Tisch kommt, würden es noch ein paar Mal so gehen heute. Könnt ihr natürlich auch gerne in den Kommentar da lassen, wie ihr das macht und Tipps geben. Pray Another Day, die englische Variante von Schnitzejagd, die mir superlieberweise der Lars nochmal mitgegeben hatte bei Edition Spielwiese. Weil ich diesen, ich habe mich dafür eingesetzt, nicht, dass mein Wort irgendwas zählt, aber dieses Pray mit E und Pray mit A, wo ich sehr viele lustige Kommentare auch in Essen persönlich von euch bekommen habe, die das auch echt gut finden. Wird Platz in meiner Sammlung finden, ohne dass ich eins aussortieren muss. Das kommt vielleicht sogar auf meinen Schrank als kleines Prestige-Objekt, weil ich das echt schön finde, dass das den Weg in die Massenproduktion jetzt bekommen hat. Dann auch noch Platz, es sind jetzt erstmal Sachen, die wirklich keinen Platz benötigen sozusagen der Sammlung, die irgendwo noch in eine kleine Ecke gestopft werden können. Das sind diese beiden von der Itten, hier steht Funbrick Series. Das ist einmal Ninja Master, was mir wirklich enorm gut gefallen hat. Ein Reaktionsschnelligkeitsspiel, wo wir Würfel in so eine kleine Manege würfeln. Und rund um die Manege warten Ninja der gleichen Farbe und wir müssen halt, wenn möglichst viele Ninja einer Farbe abgebildet sind auf den Würfelseiten, müssen wir uns die Ninjas schnappen, weil die geben dann Pluspunkte. Es sei denn, es ist so eine Wolke auf einem, eine gleichfarbige Wolke auf einem der Würfel abgebildet. Dann verschwinden die Ninjas und es sind quasi Minuspunkte, wenn wir uns die Nina-Figur gesammelt haben. Gleichzeitig gibt es auch noch ein paar andere Regeln. Das Schwert, was der bekommt, der die meisten Punkte hat. Und wenn man das dem rechtmäßig wegnimmt, klaut man ihm die Hälfte seiner Punkte. Also geht sehr schnell, dass es dann eine Punktedifferenz geben kann am Tisch. Definitiv Take That dabei, aber ein harmloses Spiel, sage ich jetzt mal. Es ist keins, wo ich mir da auch krass, ich habe gerade jetzt irgendwie acht Punkte abgeben müssen, weil du mir das Schwert geklaut hast. Was man übrigens nur klauen kann, wenn die Würfelseiten auch eine bestimmte Kombination anzeigen. Und es ist nur ein Rennen bis 20 Punkte. Trotzdem, bei dem Spiel, das ist so schnell vorbei. Ich glaube, das längste, was wir jetzt gespielt haben, war einmal zu viert oder fünft 20 Minuten. Aber sonst war es auch teilweise in unter zehn vorbei, weil 20 Punkte hat man doch dann recht schnell erreicht. Und mein Lieblingspart bei diesem Spiel ist, dass es diese ganz einfache, scheint jetzt so zumindest, Würfelzählerei ist. Also ihr müsst quasi, wenn die Würfel gewürfelt werden, eine Runde geht so lang, bis irgendjemand eine Zahl gerufen hat, die die Gesamtanzahl aller sichtbaren Ninjas auf den Würfelseiten ist. Und das ist so schwer, es klingt so simpel, dass man nur die Würfelaugen, beziehungsweise die Ninjas auf den Würfelaugen, auf den offenliegenden Zellen muss, die in verschiedenen Farben da ausliegen. Und jedes Mal gibt es mindestens einen, der irgendwas Falsches reinruft oder sich korrigiert. Und das Erste, was man aber geschrien hat, zählt. Und wenn man das halt reingeschrien hat, wenn man es richtig gemacht hat, kriegt man immerhin einen Punkt. Wenn man es falsch gemacht hat, aber auch drei Punkte abgeben, was ein hoher Verlust dann quasi sein kann. Aber trotzdem, irgendjemand versucht es dann immer. Gerade wenn man irgendwie vielleicht nicht die richtige Ninja-Figur bekommen hat, die man wollte. Ist jetzt nicht das mega strategische Spiel. Ist eine schnelle Taktik, schnell zusammenzählen. Oh, da sind fünf blaue Ninjas. Okay, also nehme ich mir schnell den blauen Ninja. Nein, ich habe die blaue Wolke übersehen. Das sind Minuspunkte. Dennoch, es ist für Leute, die solche Echtzeitspiele, Reaktionsspiele mögen, eine super Empfehlung. Es ist von Rainer Knizia, hätte ich jetzt nicht unbedingt vermutet. Obwohl der ja auch für so quirky, merkwürdige Spiele häufig zu haben ist. Hat mir richtig gut gefallen. Findet Platz in meiner Sammlung. Und das zweite Spiel der Serie, Three Second Try. Und Leute in meiner Gruppe haben mich gefragt, wie kamst du auf die beiden Spiele? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte von beiden nicht wirklich was gehört. Und bei dem Stand von Itten, die waren ja zusammen mit Oink Games und Saschi und Saschi halt. Die Spiele haben mich einfach angesprochen. Wir hatten nebenan auf einen Tisch gewartet, um uns World Wonders erklären zu lassen. Zu dem wir gleich auch noch kommen. Dann dachte ich mir, was kann ich anderes machen? Schaue ich doch mal ein bisschen gegenüber. Und die beiden haben mich halt angesprochen, Ninja Master, weil es ein cooles Konzept war und diese Manege, die abgebildet war, mich angesprochen hat. Und Three Second Try ist eher ein typischeres Partyspiel, wo wir drei Sekunden haben, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Es sind ein paar Karten dabei. Das ist mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. Auch leider nicht genug. Es ist mal recht schnell durch, glaube ich, wenn man das ein paar Mal gespielt hat und süchtig danach wird und bin ich schon wirklich jetzt ein paar Mal an den Tisch gekommen. Ich glaube, ein Drittel bis die Hälfte einer Karten habe ich schon durch, wobei man auch easy einfach selber Aufgaben sich kreieren kann für die Gruppe. Worum geht es? Drei Sekunden. Es ist so ein Timer dabei. Das ist eine Murmelbahn, witzigerweise, die wirklich exakt drei Sekunden dauert. Also es ist beeindruckend. Wir haben es zweimal getimt und es sind immer 3,001 Sekunden oder sowas gewesen. Und wir müssen uns hochbieten für die ausliegende Aufgabe. Kann zum Beispiel sein, wie oft schaffst du es, dich in drei Sekunden zu verbeugen? Oder wie viele Kreise kannst du in drei Sekunden aufmalen? Oder wie viele Begriffe kannst du in drei Sekunden nennen, die mit Nacht oder Urlaub oder sonst irgendwas zu tun haben? Oder Schule? Also sind aufgeteilt in Body- und Mind-Aufgaben. Wobei die Body-Aufgaben jetzt nichts sind wie, ich laufe das Treppenhaus dreimal runter, sondern es ist halt was, was in drei Sekunden schaffbar sein muss. Mindestens ein oder zwei oder drei Mal. Und manchmal erwischt man sich dann dabei oder andere Leute an der Gruppe, die am Tisch bieten, da irgendwie, ja ich schaff's locker zehnmal mich zu verbeugen in drei Sekunden. Ist doch ganz easy. Und scheitert dann kläglich. Und das ist eine sehr, sehr witzige Kombination, weil der, der in den ersten drei Sekunden, wo diese Murmelbahn zum ersten Mal läuft, sich am höchsten entschieden hat für diese Aufgabe, darf es dann zuerst probieren. Scheitert meistens, sodass danach die, die ihm es weniger geboten haben, ein bisschen vorsichtiger waren, es dann probieren können. Super lustig, weil alle am Tisch immer zugucken und dann entweder hoffen, ah, schafft der niemals so lange oder wirklich beeindruckt sind, wenn man es dann doch schafft, sich irgendwie, weiß nicht, siebenmal zu verbeugen in drei Sekunden. Für mich unmöglich, wir haben es probiert. Einer ist fast bei mir hier rückwärts hingefallen, als er das probiert hat in der Schnelligkeit. Ein super witziges Spiel. Es ist jetzt nicht, dass man denkt, boah, das ist ja super innovativ. Muss es ja auch nicht immer sein, weil wenn das dann trotzdem in der Box, in dieser sehr, sehr kleinen Box gut funktioniert, umso besser. Und die bekommen auch beide von mir jeweils acht Punkte, Ninja Master 3 Second Trial. Wie gesagt, müssen Gott sei Dank nichts verdrängen, weil das ist echt cool, dass die Boxen so klein sind. Wir haben diese Auszugschubladen, hier seht ihr die Murmelbahn. Vielleicht hätte ich ja gerne noch eine Lasche gehabt, dass die nicht irgendwie, wenn man die ein bisschen schüttelt rauskommt. Aber trotzdem, ich bin gespannt auf mehr Teile der Serie. Wobei, wie ich gehört habe, auf dem Stand oder beim Stand der Leute, hatten die immer ihr Lieblingsspiel auf ihrem Namensschild. Und die meisten hatten Ninja Master oder Three Second Trial oder Viking Seasaur, was mir auch ganz gut gefallen hat. Aber das habe ich nicht oft genug gespielt, um das jetzt wirklich beurteilen zu können. Dann, Path of Civilization ist bei mir angekommen. Ich habe es mir auf der Messe gekauft und da bin ich wirklich gespannt. Ich habe so viel Gutes darüber gehört. Und natürlich, ein Spiel dieser Art hat definitiv nicht einfach so Platz in meinen Spieleregalen. Ich kann auch nicht genug darüber sagen, um jetzt mir ein Urteil zu erlauben. Es bleibt aber auf jeden Fall in meiner Sammlung ersetzt. Wunder oh Wunder, Civilization. Das alte Civilization, was ich seit Jahren nicht mehr an den Tisch bekommen habe. Aber immer dachte, es gibt bestimmt auch viele bei euch, wo das ist. Irgendwann kommt das nochmal an den Tisch. Irgendwann gibt es nochmal eine Gruppe, mit der ich das spielen will. Ich weiß, dass ich das letzte Mal, als ich es gespielt habe vor Jahren, sehr enttäuscht darüber war, wie lucky und wie uneindeutig die Regeln sind. Vor allem das war es tatsächlich, was mich am meisten gestört hat. Aber ich dachte mir, hey, so viele coole Sachen drin. Aber es ist halt einfach nicht mehr modern. Es ist nicht mehr das, was ich von einem modernen Brettspiel erwarte. Ich hoffe, Path of Civilization ist das eher. Da werde ich noch ein paar Mal das an den Tisch bringen müssen, um mir einen Eindruck davon an euch weitergeben zu können. Dann, ich ziehe mal den nächsten Stapel an mich ran. Let's make a bus route von Sashi und Sahashi. Witzigerweise am gleichen Stand, wo Itten auch war. Habe ich lange auf meiner Wunschliste gehabt. Dann habe ich es da gesehen und dachte mir, ja komm, nehme ich noch mit. Das Spiel Get on Board, ihr kennt es vielleicht, ist darauf basierend. Und dennoch wollte ich mir das nochmal mitnehmen, weil ich es sehr spannend finde, dass es ein Roll and Ride gibt, wo man auf einem zentralen Spielfeld gemeinsam draufmalt, diese Busroute kreiert. Auch das habe ich erst einmal ganz kurz anspielen können. Also auch da noch nicht genau klar, ob das oder Get on Board. Ich glaube, ich werde mich für eins von ein paar entscheiden, weil die schon ein bisschen ähnlich sind, muss man sagen. Auch wenn in Get on Board eher diese Holzrouten gelegt werden. Das hier ist hier noch mit einem Stift. Ich bin mal gespannt, aber auf jeden Fall eins, was ich mir zugelegt habe. Dann, ein großer Ancient Knowledge. Die Box ist gar nicht so groß. Ist ein, wie ich dachte, Zivilisationsspiel. Wurde dann auch schon in den Kommentaren darauf hingewiesen, es ist nur thematisch ein Zivilisationsspiel. Es ist jetzt nicht wirklich, dass man sich durch verschiedene Zeitalter bewegt oder sowas. Ich habe es dann am Yellow-Stand spielen gesehen. Sehr großes Lob. Irgendwann Yellow, die hatten sehr, sehr viele Spieltische. Es war also gar kein Problem, das auszuprobieren. Dennoch habe ich dann eher so einen Blindkauf betätigt. Ich habe ein paar Leuten mal irgendwie so 10, 15 Minuten über die Schultern geguckt. Und dachte mir, oh ja, dieses Kartenmanagement, dieser Fluss an Karten, die man vor sich ausbreitet, das sagt mir total zu. Habe es dann geholt, habe es gespielt. Jetzt Solo und mit zwei. Es hat keinen offiziellen Solo-Modus drin. Ich habe dann quasi so zwei Spiele nebeneinander gespielt. Wobei man kann es auch so einfach Solo spielen. ist eine schöne Art, um die Regeln und das Spiel ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr anders, als ich es erwartet hatte. Es ist kein schlechtes Spiel. Note würde ich sagen 6,5 von 10 Punkten momentan. Das kann auch steigen. Wirklich mehr fallen kann es, glaube ich, nicht. Denn es ist wirklich in Anführungszeichen nur ein Hand- und Kartenmanagement-Spiel. Indem wir Karten auslegen, die dann in einen bestimmten Slot kommen. Und am Ende jeder Runde rutschen die Karten eins nach links, bis sie sozusagen thematisch in unserer Vergangenheit angekommen sind. So heißt das. Das ist das linke Ende des Spielbretts. Wo wir dann Effekte dieser Karten nochmal auslösen können. Wobei manche Effekte auch nur gelten von diesen Karten, solange wir sie über unserem Tableau haben. Solange sie quasi wandern. Man muss dann das Kartenmanagement betreiben, dass da teilweise Marker draufgelegt werden. Die Karten haben selten wirkliche Kosten. Manchmal muss man andere Handkarten dafür wegschmeißen. Race for the Galaxy lässt grüßen. Aber da kommen so Marker drauf, die mit der Karte verrutschen. Und wenn die Karte in die Vergangenheit rutscht und diese Marker noch drauf sind, geben die uns Minuspunkte. Müssen wir also dafür sorgen, dass diese Marke irgendwie da runterkommt. Und viel mehr gibt es in diesem Spiel. Es gibt ein paar funky Karteneffekte, die ein bisschen unterschiedlicher sind. Aber das meiste ist wirklich in diesen zwei Sätzen erklärt. Karten auslegen, die in einen bestimmten Slot kommen. Je nachdem brauchen sie etwas länger oder kürzer, bis sie unsere Vergangenheit erreichen. Und möglichst diese Marker, um Minuspunkte Chips zu vermeiden, von diesen Karten runterbekommen. Es hat mich jetzt nicht so gepackt. Das Einzige, was ich wirklich toll finde, ist, dass es schnell gespielt ist, auch zu zweit. Weil dieses Hin und Her, man kann schon wirklich darüber nachdenken, was man macht. Auch wenn man jeweils, wenn man dran ist, drei Phasen durchläuft, bevor der nächste Spieler wieder dran ist. Also quasi zwei Aktionen, meistens Karten ausspielen oder diese Chips runternehmen. Dann noch Sondereffekte der Karten abhandeln und dann die Karten alle ins Runterrücken lassen. Wobei da kann der nächste Spieler quasi dann schon loslegen. Also ein Spielfluss ist definitiv da, aber es ist was anderes, als ich mir erhofft habe. Deswegen, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wenn es bei mir in der Sammlung bleibt, muss wahrscheinlich Cora ausziehen. Lustigerweise ja auch ein zivilisationsthematisches Spiel von, ich glaube, vor zwei Jahren. Was mir auf den ersten Blick eigentlich besser gefallen hat. Ancient Knowledge muss ich noch ein paar Mal spielen, um mir da ein abschließendes Urteil erlauben zu können. Das ist jetzt eher ein Ersteindruck. Aber eins von den beiden, ich glaube nicht, dass Platz für beide in meiner Sammlung ist, muss dann wahrscheinlich ausziehen. Dann ein Spiel, wo ich vorausgeplant habe. Brussels 1893. Die schöne neue Deluxe-Variante untertitel Belle Epoque. Da habe ich vorausgeplant, weil ich das Brussels 1893, das erste Spiel, was eine leicht dünnere Box hatte, mit einer ähnlichen Optik. Wobei die echt nochmal schöner ist. Ich finde es schön, dass sie das erhalten haben. Das habe ich schon, ich glaube, letztes Jahr verkauft. Weil ich wusste, dass das hier rauskommt. Und bin sehr, sehr gespannt. Das ist eins meiner liebsten Worker-Placement-Spiele. Wobei Worker-Placement noch viel anderes macht. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Worker-Placement-Spiele. Und es wird auch nicht das Einzige sein, über das wir heute in diesem Video reden. Aber hier macht man mit dem Platzieren der Arbeiter eben noch ganz, ganz viel anderes. Es ist ein bisschen, dass ein Area-Control in Zeilen und Spalten stattfindet mit den platzierten Arbeitern der verschiedenen Spielern. Es ist dadurch, thematisch will ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall innovativ und interaktiv, was wir machen auf dem zentralen Spielplan. Und ich finde dieses Thema vom Künstlertum in Brüssel und auch die Optik, die das total unterstreicht, super schön. Also es ist einfach, im wahrsten Sinne des Wortes schön, aber das passt einfach sehr zusammen. Das ist alles sehr ineinander gegriffen. Wenn ihr mehr über das Spiel wissen wollt, lasst es mich gerne wissen. Dann behandle ich das nochmal. Aber das ist seit Jahren wirklich ein Spiel, was in meiner Sammlung ist und was in meiner Sammlung gehört. Ich wusste nur, okay, als ich die ersten Bilder gesehen habe und die Erweiterung. Ich glaube, das Spiel war teilweise echt schon für sehr, sehr viele Euro dann zu bekommen, weil es vergriffen war. Deswegen umso schöner, dass es jetzt dann nochmal rauskam und ich es bekommen konnte auf der Messe. Dann einer meiner Underground-Indie-Hits war tatsächlich ein Nikojima. Das Spiel, wo wir die Katzen auf diesen Strommasten verteilen müssen. Beziehungsweise, was ich nicht wusste, dass wir diese Strommasten, die ihr hier seht, erstmal aufbauen müssen auf so einem Stadttableau. Und es ist ein bisschen am ehesten vergleichbar oder in der Familie wie Jenga. Ein Geschicklichkeitsspiel, wo wir, oder sagt man Jenga oder Jenga, ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Wo man probiert, diese Masten erstmal aufzubauen. Man muss Würfel würfeln, die dann einem sagen, wo, in welchem Gebiet, in welcher Stadt wir diese Strommasten aufbauen müssen. Dann müssen wir diese Strommasten da platzieren. Und am Ende darf sich aber, wenn man diese Strommasten platziert hat, die Fäden, die dazwischen gespannt sind, dürfen sich nicht mit irgendwas anderem, anderen Stromleitungen logischerweise berühren. Und irgendwann müssen wir dann noch eventuell Katzen dranhängen und probieren, dass das Ganze nicht ineinander stürzt. Die Strommasten kann man noch stapeln teilweise. Was ich sehr schön finde, ist, dass es sowohl ein Spiel ist, wo wir das teilweise dem anderen eben nicht gönnen, wie auch gönnen, weil man kann es kooperativ oder gegeneinander spielen. Mir hat das Kooperative mit Abstand am besten gefallen. Ich habe es nämlich am Stand angespielt und mir von den Designern erklären lassen, die dafür wirklich gebrannt haben. Und das ist sogar die Nicht-Deluxe-Variante, wobei es halt auch trotzdem alles in Holz drin ist. Und kooperativ geht es so lange, bis wir eine bestimmte Anzahl von diesen Strommasten aufgestellt haben und dann eben gewonnen haben. Sieht optisch total toll aus. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass man das so kooperativ spielen kann, wenn man möchte, dass man als Gruppen, also als Pärchen spielt und dann jeder ein Ende des Strommers nehmen muss und wir die gemeinsam platzieren. Aber natürlich aufpassen müssen, dass wir keine anderen zumindest nicht umstoßen. Berühren können wir sie teilweise, aber nicht umstoßen dann. Auch wenn wir das stapeln wollen. Sehr kompliziert. Ein Spiel, wo ich mich freue, das zu haben, weil ich habe nicht so viele Geschicklichkeitsspiele. Dennoch muss eins ausziehen und zwar Dr. Eureka. Vielleicht kennt ihr das noch. Die sind in keiner Art und Weise sehr ähnlich, außer dass es beide Geschicklichkeitsspiele sind. Da müssen wir so Bälle oder so Kugeln in verschiedene Reagenzgläser schütten in der Reihenfolge. Hat immer Spaß gemacht, war aber nur gegeneinander und kam auch in den letzten Jahren nicht mehr an den Tisch. Also Nikojima ersetzt Dr. Eureka. Ein Spiel, dem ich erst mal jetzt sieben Punkte geben würde, mit vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Dafür müsste ich es noch ein paar Mal spielen, aber ich hatte es auf meiner Liste drauf und dann habe ich es Probe gespielt und aufgrund der kurzen Spieldauer von, wenn man schlecht ist, 5 Minuten bis, ich würde sagen maximal 20 Minuten, wenn man ein bisschen mehr Finesse an den Tag legt und die Strommasten und Katzen da balancieren lässt und hin platziert, dass ich mir vorstellen könnte, gerade Familienspielern in vielleicht teilweise auch größeren Gruppen mit Fans von Geschicklichkeitsplatzierung durchaus Spaß machen. Dann, ich habe in meinem Fazit-Video auch nochmal oben verlinkt, nochmal erzählt, dass ich tatsächlich auch diese kleinen Stände mit freien Händlern toll fand. Ich habe bei einem Take It Easy endlich gefunden. Das ist ein Spiel, was seit Jahren immer mal wieder in meinem Kopf ist so, das ist super, das möchte ich haben. Und dann kam vor zwei Jahren Savanna Park raus, was diese gleiche Prinzipien hatte, wo wir probieren, bingomäßig nacheinander Sachen zu platzieren oder bei Savanna Park ist es Plättchen umzudrehen, um in dem Fall Tiergruppen oder hier einfach gleichfarbige Rohre von einem Spielplanende zum nächsten zu haben. Denn wenn, ihr seht das hier, wenn wir quasi dieses Orangenrohr einmal quer über den Spielplan uns puzzeln, dann kriegen wir acht Punkte, weil es ein recht langes Rohr ist. Und dann hier oben sind Rohre, die kürzer sind, weil es nur drei Plättchen braucht, aber dafür gibt es halt nur zwei Punkte. Nur das Verzwickte ist halt, dass diese Plättchen erstens verschiedene Rohr und Farben gleichzeitig drauf haben und es wird eigentlich nie passen, dass wir den perfekten Sturm erleben und alle Plättchen genau ineinander passen, weil zweitens jeder Spieler oder jede Spielerin um den Tisch abwechselnd sagt, okay, ich nehme Plättchen hier 9, 4, 1 mit dem gelben, orangen und grünen Rohr und dann alle Spieler das eben bingomäßig raussuchen müssen und wir alle gleichzeitig das platzieren müssen bei uns. Wo, das ist uns überlassen, aber halt die Reihenfolge ist festgelegt, dadurch, dass jeder Spieler sich mal entscheiden kann. Super simpel, also das sind wirklich alle Regeln, die ich jetzt schon dazu erklärt habe. Es ist kein sonderlich schweres Spiel im Sinne von, oh wow, okay, was mache ich jetzt? Welche Regeln muss ich jetzt beachten? Sondern nur, oh okay, warte mal, welches Rohr gebe ich irgendwann auf? Weil ich kann einfach nicht alles. Ich muss mir möglichst lange alle Optionen offen halten. Aber wie lang, das ist eben die Frage, wann muss ich irgendwas zerstören? Weil man kann nicht irgendwie alles mastern, und das geht einfach nicht. Und dadurch aber halt einen sehr, sehr taktisch hohen Wert habe, auch ein bisschen vorausplanen, dahingegen nötig ist von wegen, okay, wenn ich gleich dran bin, nehme ich auf jeden Fall das. Das kann ich schon mal zurechtlegen. Aber was nehmen wohl die anderen Spieler? Ich habe das bei Savannah Park auch genossen. Da gab es auch noch mal ein bisschen mehr drumherum. Es war für mich aber auch ein bisschen unübersichtlicher mit den Tiergruppen. Es war hundertprozentig schöner, aber das Runterdestillierte von Take It Easy lässt mich immer wieder dahin zurückkommen. Das heißt, unterm Strich, Take It Easy kriegt von mir 8 von 10 Punkten. Habe ich wirklich schon oft gespielt. Das ist auch ein abschließendes Fazit. Hat sich auch in den letzten Jahren nicht viel verändert, diese Note. Und Savannah Park wird leider meiner Sammlung verlassen. Schöner Nebeneffekt, dass Take It Easy auch ein Tick weniger Platz im Regal aufnimmt. Aber ist vor allem halt Runterdestillierter, mir besser gefällt. Also ich habe den, das ist der Nachfolger war in Savannah Park. Ich habe ihn auch jetzt wieder gesehen. Caldera Park, glaube ich. Habe ich noch nicht gespielt. Vielleicht wird es das wieder umkehren, aber Take It Easy. Vorerst erstmal in meiner Sammlung drin. Und damit rutsche ich mich ein bisschen zurück zum ganzen Spielstapel, der dann noch hinter mir steht. Moment. Und dann kommen wir zu ein paar wirklichen Highlights. Also nicht, dass Take It Easy keins war, aber die nahezu wirklich Top-Highlights meiner Messe. Erstmal, ich habe es schon erwähnt, VIP-Rip im letzten Video. Ein Assoziationsspiel, wo jemand bei uns, wir spielen kooperativ, in der Gruppe von den neun ausliegenden Toten. Sehr makaber, aber da sind tatsächlich auch Leute dabei, die dann noch nicht gestorben sind, aber auch teilweise effektive Personen. Also liegt dann, weiß ich nicht, Harry Potter, Osama Bin Laden, John F. Kennedy, Dieter Bohlen und sowas liegen dann da aus. Personen, die man eher kennt. Wenn man sie nicht kennt, sollte man sie austauschen, weil es ist nur witzig, wenn wirklich jeder in der Gruppe sie auch kennt. Und dann ordnet jemand denen Zitate zu, die man auf einer Trauerrede über sie wohl ihnen zuordnen würde. Und die anderen müssen nachher zuordnen, Mastermind-mäßig, welches Zitat an welcher Stelle zu welchem Toten eben gesprochen wurde. Und es ist nicht unbedingt, dass die Zitate immer eins zu eins passen. Also nicht auch, dass es da irgendwie, ich bin ein Berliner, dann John F. Kennedy, so nicht. sondern eher, dass es sehr lustig sein kann. In den richtigen Gruppen, definitiv nicht für jeden. Wo dann, ich werde es nicht ganz politisch unkorrekt, die mir gerade in den Kopf kommen, sagen hier. Für Leute, die nämlich damit nichts anfangen können, für die ist das Spiel überhaupt nichts. Wirklich definitiv weiterscrollen, ins nächste Spiel springen. Das hier ist nichts für euch. Aber wenn ihr mit so ein bisschen morbiden Humor, der teilweise wirklich so dieses, okay, also zum Beispiel eine Sache, die auch nicht politisch korrekt ist, aber Stephen Hawking lag aus. Und das Zitat, was ich zugeordnet hatte, war, weil es halt einfach in dem Sinne gepasst hat, die letzten werden die ersten sein. Und ich decke die Zitate auf, also lese ich einmal vor. Und Nils, einer meiner besten Freunde, sagt, naja, okay, also sind wir mal ganz ehrlich, in einem Rennen wäre Stephen Hawking aufgrund seines Rollstuhls halt einfach letzter. Tut mir leid. Und alle am Tisch so, boah, ja, okay, also es könnte sein, aber lass uns erst mal, vielleicht ist ja auch was über die Brillanz des Geistes von Stephen Hawking hier eher zutreffend. Und im Endeffekt war es das, weil es halt von den vier Zitaten, wo ich drei zuordnen muss, das war, wo ich gedacht habe, okay, die Assoziation kommt als erstes auf. Sehr plump, sehr, vielleicht für manche unlustig, ich fand es tatsächlich ziemlich witzig, was mich dieses Spiel hat wirklich häufig jetzt an den Tisch zurückbringen lassen. Also ich hatte es bisher bei nahezu allen Spieltreffs, die ich danach hatte, dabei. Und bis auf einmal kam es auch jedes Mal an den Tisch. Und für mich ein guter Test war, ich habe es an dem Freitag auf der Spielmesse, nachdem ich es am Tag vorher zweimal gespielt hatte, kennengelernt hatte, an den Tisch gebracht mit Freunden, die nicht so viel spielen. Wir haben es zu fünf gespielt, alle sehr, sehr gelacht und dann haben sich davon vier selber am Stand von Nice Game Publishing gekauft, was ein Testament ist, wie gut dieses Spiel wirklich ankommt bei den Leuten dann, finde ich zumindest. Es hat auch bestimmt manchen nicht gefallen, in der Gruppe, wo wir es in unserem Headquarter gespielt haben, wo man sagen muss, da war es auch schon recht spät und wir waren alle sehr müde. Da waren nicht so die krassen Lacher dabei, was natürlich auch sein kann, dass manche Zitate besser passen, manche witziger zu manchen Ausliegenden passen. Das ist natürlich auch mal zufällig, wie er da gerade ausliegt. Aber dann noch ein Spiel, was ich definitiv in meiner Sammlung behalte. Auch Gott sei Dank, gerade noch so klein, dass in meinem Partyspielfach des Regals noch Platz war, dass ich das nur noch reingeschoben bekomme. Ein Spiel, dem ich neun von zehn Punkten bringe. Aber wie gesagt, vier Gruppen, mit denen ich gerne spiele. Für andere würde ich es vielleicht, ich würde es glaube ich auch nicht bei einem Familientreffen, wo jetzt Oma und Opa mit dabei sind, direkt an den Tisch bringen. Dafür finde ich es vielleicht ein bisschen zu morbide. Aber VipRip, eine meiner absoluten Überraschungen der Spielmesse. Und genauso, weniger eine Überraschung, aber eins der Highlights, The Same Game, das neue Wolfgang Warsch-Spiel. Auch ein Partyspiel, wo wir ähnlich, wie gerade bei VipRip, aber doch irgendwie ganz anders, probieren müssen, Assoziationen am Tisch zu erzeugen. Jeder Spieler am Tisch, auch hier kooperativ, zieht eine Wortkarte und es liegen bis zu neun verschiedene Kategorien aus. Also zum Beispiel, aus welchem Stoff ist dieser Begriff gemacht? Wie lang ist er, wenn man ihn hinlegt? Wie ist der Erkläraufwand? Wie oft gibt es ihn auf der Welt? Und wir müssen halt, weil wir zufällig eine von diesen Kategorien gezogen haben, ein Wort finden, was in dieser Kategorie auf jeden Fall mit dem von uns gezogenen Wort übereinstimmt, aber mit keinem von den anderen Ausliegenden so wirklich. Sodass die anderen, wenn wir unser Ausgedachtes und das gezogene Wort den vorlesen, die deduzieren können, welche Kategorie haben wir wohl gezogen? Und die nehmen dann nach und nach so kleine Becherchen, also sehr süß gemacht, von den verschiedenen Kategorien runter und probieren zu eliminieren, ja okay, also es kann auf jeden Fall nicht die Häufigkeit auf der Welt sein, weil, weiß ich nicht, Bratwürste gibt es häufiger auf der Welt als Teilchenbeschleuniger oder sowas. Und dann prüfen wir mal herunterzunehmen und sagen, okay, die Komplexität einer Bratwurst ist wahrscheinlich weniger hoch als die eines Teilchenbeschleunigers. So, und das waren jetzt einfach zwei Beispiele. Ich glaube, keine von diesen Wörtern sind drin und da passieren auch teilweise A, dann sehr, sehr witzige Sachen, also sehr witzige Wörter, die man sich ausdenkt, wenn man sich denkt, ja okay, sonst wäre es zu hinreichend auf zwei verschiedene Kategorien gewesen, deswegen nehme ich jetzt ein Wort, was ich normalerweise nie denken würde und dann ist auch diese umgedrehte, das finde ich als zweites eben den schönsten Aspekt dabei, diese umgekehrte Deduktion da drin, ja okay, aber der Flo hätte ja nicht Teilchenbeschleuniger genommen, wenn es was ist wie die Häufigkeit eines Porsche 911ers oder sowas. Also doofes Beispiel jetzt, aber ihr wisst, was ich meine vielleicht, ihr könnt das da rauslesen. Diese andersartige, also nicht komplett andersartige, deswegen auch der Name des Spiels ist jetzt keins, was das Rad neu erfindet, The Same Game, da lässt der Name schon weit blicken, aber trotzdem, wie man dann probiert, nach und nach diese Kategorien in der Diskussion, die teilweise echt weit führen kann und ausufern kann, zu führen am Tisch und rauszubekommen, okay, welche Kategorie hat er oder sie gemeint, sehr spaßig. Das meistgespielte Spiel, auf jeden Fall der Messe, WipRip kurz dahinter, aber The Same Game, auch auf dem Community-Treffen auf der Spiel, haben wir das zu zwölf gespielt. Auf der Box steht es drei bis sechs Spieler, aber ich glaube, je mehr, desto lustiger und zu zwölft haben wir es dann halt in Zweierteams gespielt. Ich glaube, sogar am Ende waren wir 13, weil man sich dann halt angeschlossen hat und mit deduziert und mitgeraten hat, welche Kategorie halt rausgenommen oder am Ende noch übrig gelassen werden soll. Hat sehr gut funktioniert. Also ich bin überrascht. Sven war das Gegenbeispiel, dass das Spiel definitiv auch nicht für jeden ist, wobei das die Schnittmenge hier, glaube ich, im Gegensatz zu WipRip deutlich höher ist. Es können auch witzige und morbide Sachen gesagt werden, das ist natürlich komplett gruppenabhängig, welche Begriffe man sich ausdenkt, aber es ist hundertprozentig, wie es auf der Box steht, ein Familienspiel, was ich definitiv mit zu Familientreffen nehmen würde. Der Erkläraufwand ist vielleicht minimal höher. Man muss echt ein bisschen erklären von wegen, nee, nee, du musst jetzt gucken, dass die Kategorie übrig bleibt, die du mit dem Wort versehen hast. Aber wenn man das quasi mit Leuten spielt, die das schon kennen, und die da so ein bisschen durchführt durch eine Runde, ist es sehr, sehr easy und sehr einfach zu erklären und die Leute mit zu involvieren am Tisch. Vielleicht sollten die nicht die Ersten sein, die sich das Wort ausdenken oder das Wort dann erklären, aber es ist ein Spiel, was die besten Spiele ihrer Art sind. Codenames und Co. lassen grüßen. Mir ist komplett egal, wie viele Punkte ich am Ende gemacht habe. Es gibt hier eine Punktewertung, aber es ist mir komplett egal, wie viele Punkte wir als Gruppe nachher gemacht haben. Und das ist für mich häufig das Musterbeispiel eines guten Spiels. Wenn mir die Wertung egal ist und es einfach nur um den Spaß in der Runde geht, hat das Spiel durch mich hier viel richtig gemacht. Das Game bekommt auch neun Punkte. Für mich sehe ich fast meine Bewertungskriterien hier nicht mehr. Ich habe mir bei allen aufgeschrieben, über welche ich noch reden möchte, obwohl das hier komplett wild durcheinander ist. Wir überspringen mal das hier und gehen zu Tucana-Bilders, was noch keinen festen Platz bei mir in der Sammlung jetzt hat. Ich habe es nämlich auch bisher nur angespielt und ein richtiger Test kommt noch. Es ist von Trails of Tucana die nächste, das Spin-Off sozusagen, ist ein Plättchenlegespiel. Auch hier so ein bisschen Bingo-mäßig, wobei wir nicht die gleichen Plättchen ziehen, sondern verschiedene Plättchen ziehen und die in so einem Raster. Ich habe mich ein bisschen an Karuba erinnert, probieren müssen, Wege zu verschiedenen Dschungel-Oasen zu verknüpfen, zu puzzeln, um dann diese Hütten quasi zu verbinden, die auf diesen Oasen stehen. Dabei müssen wir probieren, dann verschiedene Elemente, also die blauen Tiere mit den blauen Hütten und sowas zu verbinden. Sehr simpel, sehr leicht erklärt, sehr, sehr schön aussehen. Ich finde es sogar schöner als das normale Trails of Tucana. Definitiv ein Familienspiel, was sehr schnell gespielt ist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob mir dieses Zufallselement gefällt, dass jeder ein zufälliges Plättchen zieht und wenn man eben Glück hat, kann man bessere Plättchen bekommen als andere und zwar im ganzen Spiel. Natürlich gleicht sich das, wenn man 40 Plättchen im Spiel zieht, irgendwann aus, aber es kann halt schon sein, dass man als glücklicherer dann doch viel mehr bessere Plättchen zieht, mit mehr Rohstoffen drauf, mit besseren Wegen, die besser passen und sowas. Dennoch, ein Spiel, was mich fasziniert und wo ich jetzt auch nicht sagen würde, gebe ich direkt wieder ab, möchte ich noch ein paar Mal spielen. Ich weiß aber noch nicht, ob es in meiner Sammlung bleibt. Es wird auf jeden Fall, das weiß ich jetzt schon, hätte ich vielleicht gedacht, nicht Trails of Tucana ersetzen. Da ist es schon sehr unterschiedlich dann für. Aber ich glaube auch nicht, dass es an Karuba rankommt, was so ein Oldie, aber ein Goodie, so ein tolles Haberspiel ist. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob es in meiner Sammlung bleibt oder ob es eins der anderen ersetzt. Aber bisher ein ganz guter Ersteindruck, muss ich sagen. Und eine Sache habe ich natürlich vergessen. Ihr werdet jetzt sagen, hey Moment, du hast gesagt, Spiele, die neu bleiben, müssen eins ersetzen. Bei Tucana Builders weiß ich es eben noch nicht, ob es überhaupt in meiner Sammlung bleibt. Deswegen schauen wir mal. Aber das ist der Same Game. Ich habe noch nicht gesagt, was es ersetzt. Höchstwahrscheinlich that's the question. Ich habe es extra noch mal jetzt Probe gespielt, weil ich dachte, ist es wirklich noch, ist dafür noch Platz in meiner Sammlung. Ich fand ganz lustig mit diesen Fragen, die man der anderen zuordnen muss. Aber ich habe A, Links-Rechts-Dilemma jetzt ja die letzten Jahre oder das letzte Jahr überhaupt häufiger gespielt, was einen ähnlichen Aspekt bietet. Nur das geht einfach schneller. Und dann B, schummelnd muss ich sagen, ich glaube, ich nehme einfach die Karten, die Fragekarten aus That's the Question raus und packe die vielleicht sogar noch bei Links-Rechts-Dilemma einfach mit rein. Wobei ich die Aufmachung von That's the Question definitiv viel niedlicher finde als von vielen, vielen anderen Spielen dieser Art. Und auch, ich habe die Regeln noch mal gelesen. CGI-Regeln sind einfach häufig so, so lustig geschrieben. Deswegen, That's the Question wird wahrscheinlich dann aussehen für The Same Game. Ich glaube, das war es erst mal für heute. Ihr seht zwar, ich bin noch von Spielen umgeben. Gibt einen zweiten Teil mit vielen, vielen. Ich probiere gerade mal ein bisschen euch zu spoilern, was quasi noch kommt. Mit einem meiner absoluten Top-Hits noch. Also bisher waren VipRip und Same Game die Hits der Messe für mich. Aber es kommen auch noch zwei andere und auch noch ein paar, die ich vorbestellt habe, weil ich sie auf der Messe nicht ergattern konnte. Das sehen wir morgen oder übermorgen. Je nachdem, wann ich mit dem Editen dieses Videos fertig bin. Deswegen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Teil oder in den Kommentaren. Wenn ihr Fragen habt zu weiteren Spielen oder mir eure Eindrücke da lassen wollt, sehen wir uns da oder lesen uns da. Vielen Dank. Ciao. Und am Ende des Videos noch eine kleine Sache. Wenn ihr nochmal ein Update wollt von quasi der Begehung meiner Sammlung, nachdem die ganzen Neuankömmlinge 2023 Spielneuheiten hier eingezogen sind, neuen Rundgang durch meine Spielersammlung, das Video, was ich vor ein paar Jahren aufgenommen habe, ist natürlich veraltet. Er freut sich, ob er immer noch echt großer Beliebtheit. Ich kriege immer noch sehr viele Kommentare dazu. Also lasst mich unter dem Video wissen, wenn ihr das nochmal sehen wollt. Bis zum nächsten Mal.